Wir bei DILO haben es uns zur Aufgabe gemacht, alles dafür zu tun, Emissionen von Lösch- und Isoliergasen zu vermeiden. In unserem hochmodernen und bestens ausgestatteten Schulungszentrum am Firmensitz in Babenhausen schulen wir den richtigen Umgang mit Lösch- und Isoliergasen, immer mit dem Ziel, die Teilnehmer bestens auszubilden und somit einen sicheren Umgang mit SF6 bzw. alternativen Isoliergasen sicherzustecken. Untertitelung des ZDF, 2020 Der zertifizierte SF6-Sachkundenachweis ist nur eine von vielen Schulungsmöglichkeiten. Wir legen bei allen Schulungen einen besonderen Wert auf die praxisnahe Ausbildung und geben mit unseren erfahrenen Trainern viel anwenderorientiertes Wissen weiter. Egal ob es sich um das Gashandling oder die Analyse der Gasqualität handelt. Nach einer DILO-Schulung sind sie bestens gerüstet, um klimaschädliche Lösch- und Isoliergase fachgerecht zu handhaben. All das gibt es in dieser Form nur bei DILO. DILO-Schulung Untertitelung des ZDF, 2020